Guck, morgen Jungs und André einfach einsteigen sollten. Steig einfach ein. Steig ein. Steig einfach ein. Heute breche ich Menschen wieder emotional auf Grandapé. Der beste Summer auf diesem Planeten. Und ich präsentiere Ihnen alle meine Gruppe. Also, wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und wenn ihr die Demokratie unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne die Länge eurer Arschhaare kommentieren. Viel Spaß mit dem Video. Merry Gucke. War schon wieder ein Grad per Video, sagte nicht eine Seele auf dieser Erde, denn die sind die Besten. Moin Kollege, wir sind immer ein bisschen schwacher auf den Beinen. Könntest du mir eventuell so ein bisschen Geld für einen Mietwagen geben, weißt du? Dem ist schwer und ich will es dir nicht noch schwerer machen. Der ist stinkreich und der will kein Geld teilen. Oha, ich wollte nur Mietwagen. Ja, wo wollen sie denn hin? Ja, einfach ein bisschen in die Stadt halt, weißt du? Eventuell Krankenhaus. Wir sind doch im Krankenhaus. Aber ich will das andere Krankenhaus. Also, ich wollte ein romantisches Date, actually, mit jemandem, der wirklich potthäßlich aussieht. Ich weiß, was glaubst du, wer im Großteil hier die Waschbärmaske trägt, nur potthäßliche Menschen? Ich will jetzt bitte zum Krankenhaus. Ich möchte bis dahin bitte nicht mit denen reden, es hat mich gerade echt beleidigt. Es tut mir leid, ich wollte sie jetzt nicht als potthäßlich bezeichnen. Ich bringe mich jetzt zum Krankenhaus, dann ist es hier ein Problem, okay? Ja, werden sie mich zum Krankenhaus bringen oder haben sie so auseinanderstehende Augen, dass sie gegen alles fahren, was sie sehen? Raus. Aber jetzt bin ich hier eben nirgendwo. Ey, ey, stopp! Ey, sie können mich nicht einfach irgendwo hier lassen. Das geht so nicht. Nein, Sir! Du bist jetzt ein bisschen runtergekommen. Ja, es tut mir leid, sie haben mich nicht dahin gebracht und ich dachte, sie wollen mich actually ein bisschen wie einen fetten Menschen rollen. Ja, komm, steigen Sie ein. Okay, okay, gut, danke schön. Wir fahren jetzt zum Krankenhaus. Ja, und ich würde gerne auf der Hinfahrt nicht gern so mit ihnen reden, weil er mich einfach ausstehen lassen und hätte mich hier in der Sahara verdursten lassen. Das hat mich verletzt, sie haben mich erst hässlich genommen. Aber bei aller liebe guter Mann, sie fahren echt schrecklich. Es gibt zwei Möglichkeiten, ich bringe sie jetzt zum MD und alles ist gut oder ich bringe sie nicht zum MD und setze sie wieder irgendwo in der Sahara jetzt aus. Nein, bitte nicht, bitte bringen sie mich einfach zum MD, ja. Ey, ey, halt, stopp, nein, 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 aaaaaaah! Sie kriegen mich niemals, die Ferre gewaltiger! Aaaaaah! Mit einem Jeffrey Dahmer steigt man nicht ins Auto. Oh, fa- Ich hab mich noch nie so leer gefühlt. Ich lauf hier in Sardalen runter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Mann ich bin und so, was ich in der Lage wäre. Vorsicht! Aaaaaah! Sir, Massenunfall, nur weil sie umgedreht haben. Wie stresst du denn so? Nie, was stresst du denn so? Schau mal, was für ein Unfall du verursacht hast. Aaaaaah! Okay, kannst du mir zeigen, wo du wohnst? Nein, kann ich zeigen. Scheiße, Sir, sie können echt nicht nochmal reden, weil das war keine normale Lautstärke. Sie haben Malaria. Lass mich raus, ich bin mit deinem Hirn. Lass mich raus. Aaaaaah! Aaaaaah! Soll sie haben Malaria, das anstecken? Keine Lust auf Malaria. Ich will gesunde Kinder. Nein, warte, ich will auf dem Spielplatz spielen. Lass mich. Eine Runde will ich noch spielen. Wenn du so weiter machst, bleibst du dein ganzes Leben kinderlos. Ich hab wirklich literally keine Ahnung, wovon sie reden. Aaaaaah! Nein! Du stinkst hammerhart nach Gimmel. Das ist eine Mischung aus Gülle und Pimmel, Digga. Aber ich bin entkommen. Ein freier Elf. Soll ich das einfach beenden? Ich bin hier extra hochgerandet, der Hoffnung. Oh, fuck. Ich hab eine Lebensmittelvergiftung. L-A-G-R-F-E-O-R-J-A-L-E. Okay, Taxi. Herkommen sonst. Popopirat. Guten Tag. Oh, 500 Dollar. Geldgierig, aber gut, akzeptiere ich. Einmal bitte zum Krankenhaus, ich hab eine Lebensmittelvergiftung. Mir geht's nicht so gut. Das fließt aus allen Öffnungen, was soll ich dir sagen? Leben ist eklig manchmal. Schönen Tag noch. Im absolut bösen, brachialen Durchfall. Aus dem Weg, Officer, es fließt. Äh, Tschung. Krieg ich eventuell eine Lebensmittelvergiftungspille? Yummy, yummy. Keine Scheißerei mehr. Dankeschön. Runter hier vom Auto. Ich wollte doch grad runtergehen, Entschuldigung. Achtung, schattliche Anhörung. Nein! Was hab ich denn gemacht? Ich hab hier ganz viel geblieben. Dein Zeuge bin ich ganz sicher nicht. Oder warum hast du eigentlich so eine dicke Nase? Weil wie ein Nase eines Mannes so auch sein Johannes. Warum siehst du eigentlich so aus wie ein Skelett? Warum hast du diese Schminke drauf? Ey, nicht Schämen, du hast es doch tätowiert. Ja, aber guck mal jetzt. Ey, jetzt sieht es so aus, als wärst du ein Chirurg. Als wäre deine Mutter tatsächlich stolz auf dich. Yo! Ein Fahrrad! Kein Fahrrad! Entschuldigung, der Mann mit den runnen Haaren. Ich wollte sie fragen, was sind sie eigentlich hier? Man sieht es doch auch von meiner Weste. USS, ich kann das leider nicht entziffern. United States Secret Service. Was macht er? Personenschutz. Schützen sie dann so einzelne Personen oder mehrere? Mehrere. Kurz, knackig und zart, so mache ich meine Antwort. Wenn sie mehr Auskunft brauchen, einfach zur Regierung gehen. Die Regierung, die ist das mit dieser harikanischen Flagge da. Selbstverständlich. Ah, danke schön, dann alles klar. Kurz, knackig und zart, so mache ich meine Männerärsche. Entschuldigung, Jungs, könnt ihr mich losen? Ich mag kein Kratzer an dieses neue Ding bringen. Ja, hier, durch. Komm ich durch? Ja. Sie lügner! Wie inkompetent kann ein Mensch sein? Na ja, sie würden mich jetzt wirklich nur rauslotsen müssen. Die Menschen wurden gerade einfach nur von dem Erdbrunnen vaporisiert. Tanzst du auch noch? Okay, untrollable guy. Because er ist einfach ein Neut und selber ein Troller. Er errape meine Ohren. Oh, das war meine Reifen. Ey! Mensch, Busfahrer! Da, Jungs, hat sich absolut gar nichts verändert. Ist ja genau dasselbe wie gestern. Ich sehe auch noch genauso aus wie gestern und bin auch noch von gestern. Ich bin arm wie scheiße. Entschuldigung, reicher Mann. Ich wollte fragen, so hätten sie eventuell auch einen Motor, das sie mir heute verbieten können. Schwierig, eher nicht, nein. Aber, aber, Bettler solltest du sein, Alter, du Stück Scheiße. Wie kann man nur so sein? Ja, selber, du. Entschuldigung, der Herr, gibt's einen Grund, weshalb sie so sind? Wie fahren sie eigentlich Auto hier, ja? Und dann auch so, ja, wieder nicht mehr. Ah! Verdammter Stroh! Entschuldigung, es ist ja... Meine Mom sagt dich ja aus wie ein Neandertaler. Mein Dad ist ein bisschen leicht rassistisch und nennt mich Türke. Ich möchte jetzt nicht Streit damit anfangen, aber ich wollte nur ein bisschen Geld, sonst werde ich für immer beleidigt und Bart steht mir halt einfach nicht, weißt du. Oder was sagen Sie, guter Herr? Denken Sie, der Bart steht mir? Nee. Rassist. Ich will nen Mietwagen. Oh Mann, die Karre ist viel zu teuer. Entschuldigung, der Herr, soll ich sie kurz mal mitnehmen? Nee, nee, passt schon, alles gut. Steigen Sie einfach ein. Nein, nein, alles gut. Einfach mal kurz einsteigen. Jeder Weg ist mir recht, ja? Ohne Bezahlung. Einfach einsteigen, der Herr. Einfach einsteigen. Ist auch billig. Nee, nee, alles gut. Steig einfach ein. Für was denn? Einfach reinkommen. Passt schon. Kann losgehen. Nee, alles gut, passt. Lass uns die Straße schlagen. Will er aber nicht schlagen. Leben ist sowieso ein Hochweg, also kommen Sie. Der Herr, Dig, also ob ich nicht wohin fahre. Nicht kündigen. Zack, Interaktion, Geld auch eben. Nimm mal 500 mit, weil ich brauche nicht so viel. Easy Money, easy goes. Du hast keinen Führerschein? Wie, der wurde mir gerade frisch genommen, oder was? Digga, wo ist mein Führerschein, ey? Ich hatte da auch noch bis zu 5 Sekunden einen. Da konnte ich Autofahren, aber jetzt nicht mehr. Naja, komm, Dreckswagen, Digga. Mi gusta store. Dschung, hätten Sie ein bisschen Kleingeld für einen armen Mann mit Fukuhila wie mich? Da muss ich ja mal nachgucken. Einfach nur Kleingeld, nichts Großes, aber mir wurde letztlich erst mal ein Führerschein genommen. Dankeschön. Ja, kein Problem. Geizknause, Digga, was bist du, Mr. Krabs? Ge Ge-Ge Ge Ge. Ge-Ge Ge-Ge-Ge. essentially jetzt, wo ich noch so kurz fragen könnte, könnten Sie mich zum MD mitnehmen, das hat echt Freude Ehre. Dankeschön. Ah! Ho! Wegen Menschen wie Ihnen überlebe ich auf dieser Insel und kann mir Essens kaufen. Ist zwar ungesundes Fastfood, aber Essen ist Essen. Das ist sehr freudlich von Ihnen. Verdient man so gut irgendwie als Erfabüler. Ja, ja, wir verdienen sehr, sehr viel. Du kannst ein Praktikum gerne mitmachen. Hast du eine Waffe dabei? Nein, aber ich kann zuschauen, meine Augen sind eine einzige Waffe. Steig auf, schlag auf den einen. Alles klar, alles klar, komm her! Das ist im Namen des Gesetzes! Das Gesetz hat mich auf dich angeheuert, ich bin Praktiker. Das ist maulig. Administrator Mark Blind hat dir geantwortet, danke für dein Mitspielen, liebe Grüße, Mark. War das ein Admin? Ich bin verwirrt. Soll ich dir mal holen. Entschuldigung, der Herr hier hat nichts gemacht, ja? Er ist ein Freund und Kollege in schwierigen Zeiten. Welches Jahr haben wir? 2.24 Komm her, komm mit. Habe ich mich gut angestellt? Ja, ja, sehr gut, sehr starke Arbeit. Für das Gesetz würde ich alles tun. Einmal bitte hier, ne, wegfahren. Aber da leh. Das heißt ja, pfft dich, Kollege! Der Herr, ich bin das Mundwerk, was Sie nicht sein dürfen. Das ist okay und valide mit Ihnen. Ja, genau, genau. Für jede 10 Minuten kriegst du 10.000. Oh, ich werde alles tun! Ich bin eine billige H*** für den Staat. So, bleiben Sie stehen! Moin moin! Oh, schade! Oh, schade! Nicht ganz so durchdacht, ne? Ich vertraue Ihnen sehr. Wenn Sie sterben, werde ich hier auf ewig diesen Highway chillen. Ich werde das Kind des Asphalts sein. Da sind Sie hier, Kollege! Der ist schlafen gegangen! Wo der eingeschlafen ist, wird, wenn er aufwacht, nach Arsch riechen. Ich stimme bei Gott. Der wirkt doch ein bisschen sassy. Backe. Hallo? Kollege, was ist denn los hier? Ey, was macht ihr bei der da? Wie fährst du Auto hinter links, hä? Ey, ich bin FIB, liest Kennzeichen, du Auto. Ja, du fährst trotzdem Kacke. Ja, ja, ich guck in dir an, als ob der sein für Bier ist. So, einmal rechts anfangen, rechts anfangen. Du Männer, ja. Karebutsche, nur tut zu, wir sind mehr! Kollege, jetzt kriegst du was in den Anus vom Gesetz. Stopp, 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 hier. Hallo? Wird ein bisschen meinen Sinn im Leben verlieren, wenn mir das jeden Tag passieren würde. Guten Abend. Ich glaube sofort ein Teil der Familie, keine Sorgen, Jungs. Hier wohne ich. Das ist mein Haus. Kannst du das Haus mal öffnen? Das ist auch mein Haus. Wer will sich boxen? Komm her, der will sich boxen. Ja, komm her, wer will sich boxen, hä? Der im Auto. Ich hab Gorilla-Arme, wenn du dich traust. Vielleicht nicht so kräftig, aber so haarig ganz bestimmt. Sag der, stärker wie du. Der braucht ne Mundschutz, damit mein Kopf nicht automatisch in seinen Mund geht, Digga. Also sowas brauch ich nicht. Ne, das ist peinlich. Erforsche deine Gefühle, mein Johan Padawan. Entschuldigung, ja? Mal rechts ranfahren. Mal rechts ranfahren, dann erinnere ich mich doch. Gerade in 1080 wieder mit Nomerta. Ah! Stillgeblieben! Hier spricht das Gesetz! Stehen! Geblieben! Bist du am reindimmeln, Digga? Also ich glaube meine Einschüchterung funktioniert gut. Ja, ist doch eigentlich. Ich bin Henry. Und du? Oh, wie soll ich dich eigentlich nennen? Mogli, Mogli. Mogli, Mogli. Natürlich, natürlich. Alright, Mogli. Aber ich glaube, hier pack ich's schon, ne? Alles klar, alles klar. Viel Spaß, ja. Schönen Tag noch. So, warten Sie! Ah, warten Sie bitte! Was sagst du zu der Idee, du fährst mich kurz nach hinten zum MD, weil für dich sind es vielleicht zwei Sekunden für mich, 15 Minuten. Komm, komm. Dankeschön. Ja. Du hörst dich an, als hättest du richtig Lust auf Leben. Ach ja. Was macht dir denn so viel Spaß am Leben? Nächst schon sehr frissiv. Das? Verlassen. Warte, was ist sie? Sie hat dich verlassen. Ich dich jetzt auch. Ciao, ciao. Nein! Ich kann ihn noch nicht so warte mal. Vielleicht kann ich ihm trotzdem Positives einreden. Da hinten ist er. Sprich der jetzt von der Brücke! Tu's nicht! Nein, Digga, ich meinte das nicht so. Ich hab mich schlecht gefühlt, ja? Sie war nicht die Richtige, ja? Du hast was besseres verdient. Und das weißt du. Du bist ein starker Mann. Halte immer an deinen positiven Eigenschaften fest, nur du findest die Richtige. Und lass dir niemand deine Prinzipien zunichte machen. Such dir keine Ho. Adios! Ich wollte noch mal ein bisschen Positivität da reinbringen. Das hat mir wehgetan. Was ist, wenn er wirklich so seine Freunde ihn verlassen hat? Wisst ihr, weil das ist wirklich hart. Trennungen sind immer spezifisch irgendwie. Situationsbedingt. Manche Trennungen verlaufen gut und einvermählich. Manche verlaufen einfach nicht akzeptierend oder sonst was. Aus welchen Gründen eine Trennung passiert. Aber ich hör die richtigen Menschen und die kommen einfach, ja? Könnt ihr bitte vor dem Auto gehen? Ich hab hier grad Moves mit deinen Kollegen. Ich hab ihn grad angesteckt, weißt du? Ah, ich kann nicht anders als ein bisschen gay zu tanzen, wenn ich so einen Männerdut sehe. Deswegen stehst du drauf? Ich steh ein bisschen drauf. Oh! Ich danke Ihnen, Sir! Ich hätte sie niemals drauf geschafft ohne sie! Ich glaub, der masturbiert grad in seinem Fahrradsitz. Das ist ganz schön weird. Kannst du von deinem Heul halten? Wer starrt hier grad auf meinen Arsch, he? Ich will jetzt mal ein Fahrrad stehlen. Ich weiß noch, wo eins ist. Wie? Das ist alles zu MD? Nein! Entschuldigung, Sir. Haben Sie zufälligerweise einen Fahrrad aus Matus? Ja. Ich hab zwar drei. Gib mir das am tiefgestellteste. Sind Sie denn schon in der Familie? Dann können Sie doch direkt bei uns rein. Wissen Sie, das ist lustig. Wissen Sie, weil ich hab schon eine Familie, ja? Schade. Dann geb ich Ihnen Geld, dass Sie sich ein eigenes Fahrrad kaufen. Oh, echt? Dankeschön. Eifer, Räder. Dafür kaufen wir doch eher Crack und Nutten. Dankeschön, ne? Aaaaaaahhhhhh! Wenn euch das ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo da zu lassen. Ich bin auch Henry Goke. Äh, 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 äh. Und ich liebe euch. Auf Ernst. Tschau! Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Box.